hallo wir kommen wieder zum ersten block wenn ich gemacht habe immer ein kopf kindes schweiz ich will einfach mal meinen lang kennen lernt da wohne ich eben freut mich einfach sehr abonnenten schon gesehen habe ich was ich mehr abonnenten habe das liegt daran dass ich sub for sub genommen habe also die app einfach mal im dorf mein erstes video gefällt euch da war man es schafft das wurde abgerissen und das jetzt das reingebaut wurden ziemlich schade ich mag sie schlafen es werden auch noch mehr videos kommen Ziemlich heiß. Oh, die Katze. Kätzchen. Kätzchen. Ich liebe Katzen. Das sind so süße Tiere. Das süße Kätzchen ist weg. Beim Betten Müllmann gibt es ständig Blocks, falls ihr das wisst. Ja, dann kann man auch sehr berühmt werden. Ziemlich gut finden auf YouTube. Viele YouTube-Apps finden das einfach ab. Nein, ich finde es geil. Ich war vorher ein sehr mangelster YouTuber. Sehr wenig Abonnenten. Habe ich glaube schon über 30 Abonnenten. Danke an alle Leute, die mich abonniert haben. War natürlich nicht richtige Fans. Das ist wegen den anderen Abos. Es nutzt auch nicht so viel zum Vorteil. Es nutzt einfach nur wegen Abonnentenzahl. Kommissare und Likes gibt es nicht. Außer vielleicht ist einer sehr interessiert. Ich habe sehr viele Leute abonniert bereits. Also ich sehe, die Amerikaner sind sehr gut im Sub4Sub. Im Deutschen heißt es Abo gegen Abo. Das ist nicht so erfolgreich. In Sub4Sub kommen meistens irgendwie hier neue Kanäle vor. Es sind ein paar Wochen gegründet worden. Die gehen schon vor Sub4Sub. Viele neue Kanäle probieren das. Deswegen werden ja auch bessere Bekanntheit. Einfach nichts. Einfach nichts. Nur nur Abonnenten. Ich will nicht. Bei 100 Abonnenten kommt ein Special im Fall. Falls ihr wisst. Scheiße. Das Haus ist voll im Fall. Falls ihr es wisst. Das Haus ist voll im Fall. Falls ihr es wisst. Wenn meine Videos mit größer. Warte. Ja, weil ich aus der Schweiz komme. Band bei meinen Großeltern in Copican. Da kann man durch. Da sind die zum Beispiel Skoll. Und da spielt der Copica SV, ein Fußballverein. Also ein bisschen alles informativ über das Dorf. Ich wohne in Bern, Münchenbuchse. Hast du alles was mich mehr hilft? Terribal stinkt hier auch noch. Hast du auch mal das Gefühl, dass sie verknallt war? Auf jeden Fall. Und da gibt's noch Danke, das verkaufte Album. Hat mir sehr gefreut. Und ich werde auch vielleicht, wenn ich... Nächstes Jahr zeig ich dir mein Gesicht, weil ich noch zu jung bin, um es zu zeigen, meiner Eltern das nicht wollen. Aus Scheißgründen. Auch wenn es dann kommt, zeig ich mein Gesicht. Kann man beschreiben machen. Franz H, blaue Wagen wie Diamanten. Das hört doch einfach so süß aus. Das ist toll und ich schreibe. Außer Aussicht, das ist vielleicht. Das kann auch jeder einfach verstehen. Was lasst ihr für die Musik gerne? Also dieser Block. Der Traktor. Ist hauptsächlich dazu da. Wie ein schönes Leben so. Es ist hier einfach alles informativ über mein Dorf. Das sehen wir. Ich werde auch noch öfters in meinem Dorf rumgehen. Da kann man auch noch Videos mit meinen Freunden zocken. Ich kann nicht zocken. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich freue mich einfach für das Abo Special. Wenn ich 100 habe, darf ich mein Gesicht, glaube ich, zeigen. Es ist. Unser klargestellt werden. Die Abos verschwinden oft. Bei 30 war es offene Plaggetzahlen. Die gingen sehr sehr oft. Aber da habe ich einfach. Sub for sub. Ich habe einfach ganz viele Klicks. Viele glaube ich wäre jetzt neu starten. Und dass ich keine subs habe. Also. Views. Oder halb. Der hat, wo ich mir ein bisschen gefällt. Viele YouTuber machen das gleiche. Die YouTuber. Die haben kein einziges Video. Und schon 100 Abonnenten. Die sind zackwuchsaftsüchtig. Ist so ein bisschen wie das Casino. Eben. YouTube-Welt. Was ihr mögt. Sag es mir. Ist einfach gut. Falls ihr. Mein Video einfach mögt. Sonst schreibt es mir doch einen fetten Daumen in die Kommentare. Wollen wir doch alle etwas sabotieren. Seht mal. Ich bin stark. Ja. Scheiße. Das kommt doch nicht so gut. Da die Garage. Ich mache wieder anständigeren Content. Geht mich, wenn's geht. So n bisschen erzähle ich über mein Leben. In Blogs. Da die Schweizer Vorde. Ein bisschen da das Schweizer flap. Viel Umweltätät. Umfangreich in Brustkorb. Das sehen wir alles. Ich hätte schon gestern ein Pavel machen, der ist aber versaut richtig. Weil der war 30 Minuten lang, hab das Handy einfach falsch gelassen, einfach so. Seht ihr? Jetzt kann man es nicht mehr sehen. Ich mach es immer so. Wolltest du euch nur zeigen, es sieht einfach scheiße aus. Ich hoffe euch gefällt, einfach mal, ihr seht mal ein Part, ein bisschen in die Nostalgie zurück. Ja. Das wars eigentlich schon mit meinem Video, ich vertittle mich runter, tschüss. So. Ähm. Wie machen wir das jetzt? Ja.